Die Country-Weihnacht 2011. Am 26. November gibt es viel zu sehen und vor allem viel zu hören. Von 14 bis 17 Uhr findet in der Blumenwelt Hödenhof das Vorprogramm statt. Showtracks, Musik mit Roadchicks und Sonny Perzer sorgen bei freiem Eintritt für beste Stimmung. Am Abend gibt es dann ab 19 Uhr in der Blumenwelt Hödenhof das Benefizkonzert für Vukovicilose kranke Kinder. Mit sieben Musikhöhepunkten und einer besonderen Line-Dance-Einlage. Ein, das ist ab 18 Uhr, der Eintritt liegt bei 15 Euro. Jede Eintrittskarte ist außerdem ein Gewinnlos.